Das Waldviertel, altertümlich Viertel ober dem Mannharzberg, ist der nordwestliche Teil des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich, als 1868 die administrativen Kreise, die sich noch an den alten Vierteln orientierten, durch politische Bezirke ersetzt wurden, verloren die Viertel ihre rechtliche Bedeutung und wurden zu reinen Landschaftsbezeichnungen. Im Süden bildet die Donau die Grenze zum niederösterreichischen Mostviertel. Im Uhrzeigersinn von Südwesten nach Osten angrenzende Regionen sind das oberösterreichische Mühviertel, das tschechische Südböhmen und das niederösterreichische Weinviertel mit dem markanten Mannharzberg. Letzterem verdankt es auch den Namen Viertel Trober dem Mannharzberg. Die wichtigsten Städte sind neben Krems die Bezirkshauptstädte Gmünd, Horn, Weidhofen und Zwettel, sowie Eggenburg am Übergang zum Weinviertel, Heidenreichstein, Litschau, Schrems und Weitra. Zu den strukturstärksten Gebieten des Viertels gehört die Flusslandschaft Wachau mit ihren Hauptorten Krems an der Donau und Spitz an der Donau. Geologisch betrachtet liegt die Wachau zu beiden Seiten der Donau im Waldviertel, denn der Dunkelsteiner Wald gehört ebenfalls zur böhmischen Masse. Im Zentrum des Waldviertels befindet sich der nach dem Anschluss 1938 angelegte Truppenübungsplatz Allentsteig. Nun aber zur Geschichte des Waldviertels, die Urzeit. Aus dem Pleistozen stammen die ersten nachgewiesenen Spuren des Menschen. Es sind rund 50.000 Jahre alte Werkzeuge und sonstige Hinterlassenschaften des Neandertalers, die in einer Höhle unterhalb der Ruine Hartenstein im Kremstal gefunden wurden. Die Antike Die um etwa 2000 vor Christus einsetzende Bronzezeit ist nachgewiesen. Bedeutende Siedlungen und Hügelgräber kennt man zum Beispiel von Roggendorf bei Eggenburg, Kamek, Bayerdorf und Teras. Ab etwa 750 vor Christus ist die Hallstattkultur durch große Siedlungen und Gräberfelder belegt. Die nachfolgende Eisenzeit kennt man durch zahlreiche Siedlungen der Früh- sowie Spätphase, vertreten durch Siedlungen in Weitersfeld, Obertürnau, Obermixnitz und Mühlbach am Mannharzberg. Das Mittelalter Das Waldviertel wurde schon früh weiter kolonisiert. Nach den Ungarneinfällen kam es zu einem planmäßigen Landesausbau durch Rodung unter den Babenbergern als Markgrafen ab dem Jahr 976 und schon im 11. Jahrhundert beteiligten sich daran viele geistliche und weltliche Herren durch die Gründung von Propsteien und Burgherrschaften, insbesondere längs der Donau. Die Rodung des Urwaldes erschloss neue Siedlungsräume. Es entstanden die ältesten Burganlagen in der Nähe der Dörfer. Die Neuzeit In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Waldviertel auch Ahnengau genannt. Heute ist das Waldviertel ein starker Wirtschafts- und Tourismusfaktor in Niederösterreich. Wie eben erwähnt, heute punktet das Waldviertel im Tourismus mit Kultur, Natur und Sehenswürdigkeiten. Die Wachau-Wallfahrtsorte, Burgen, Museen sind ebenso erwähnenswert wie die vielen Naturparks. Hier seien unter anderem die Isperklamm, die Gmünder Blockheide, das Hochmoor Schrems, der skandinavisch anmutende Naturpark nordweit im Bereich Bad Großpertholz und auch das Gabrielental in weiterer erwähnt. Natürlich gibt es noch vieles mehr, ebenso die vielen Wanderwege, aber einfach zu viele, um alle zu nennen. Du kannst deine Favoriten, welche vielleicht nicht genannt wurden, in die Kommentare schreiben. Eisenbahnliebhaber finden im Waldviertel verschiedene touristische Bahnen. Ab Gmünd verkehren die Waldviertler Schmalspurbahnen nach Norden Richtung Litschau mit Abzweig nach Heidenreichstein sowie nach Süden Richtung Großgärungs. Ab Drosendorf verkehrt im Sommer die Lokalbahn Retz, Drosendorf Richtung Weinviertel und zwischen Krems und Emmersdorf kann man die Donauuferbahn oder auch Wachauerbahn nutzen. Im Süden befindet sich das Donaukraftwerk Ips-Persenbeug, das älteste Österreichs. Zu guter Letzt noch ein paar bekannte Waldviertler. Die Auflistung stellt im Waldviertel geborene, hier lebende oder mit dieser Region besonders verbundene Persönlichkeiten vor. Aufgrund der großen Anzahl folgt hier auch nur ein kleiner Auszug. Gerne kannst du in den Kommentaren noch andere für das Waldviertel relevante Personen nennen, um die Liste zu vervollständigen bzw. zu verlängern. Nun hoffen wir, dass wir in den Kommentaren noch mehr sehen. Dass dieses Video für dich interessant ist und würden uns über einen Daumen nach oben freuen, ebenso wenn du, auch im Interesse des Waldviertels, das Video in deinen Social-Media-Kanälen teilst. Also dann Servus bis zum nächsten Video.